Herr Minister, Sie haben zu Beginn Ihrer Rede auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs umzusetzen und auch auf die Antwort von meiner Kollegin Kasimati gesagt, dass man alle diplomatischen Möglichkeiten ausnutzen müsse. Sie hatten nun vor gut einer Woche den türkischen Außenminister Mevlüt Cavacoglu getroffen, der ja auch hier in der Versammlung Parlamentspräsident war von 2010 bis 2012. Mich würde interessieren, inwiefern Sie ihn angesprochen haben, eben auf die dringend notwendige Umsetzung der Urteile Demirtasch und Kavala und wie er reagiert hat, was seine Antwort war, wie sozusagen da das Gespräch war. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde vielleicht gerne noch einmal, das ist ja mehrfach angesprochen worden, auf das Thema der Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eingehen. Ich habe darauf hingewiesen, dass das eine unserer Prioritäten sein wird. Und natürlich ist das, was wir alle miteinander verabredet haben und die Standards, die insbesondere in der Konvention festgelegt sind, für uns der Lackmus-Test auch für unsere Glaubwürdigkeit. Das gilt für uns als Institution, aber das gilt natürlich für jedes einzelne Mitgliedsstaat und deshalb Mitgliedsland. Und deshalb werden wir alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um weiterhin auf die Umsetzung der Urteile, die es gibt, zu drängen. Und darüber hinaus werden wir uns im Verlauf unseres Vorsitzes auch mit den Fällen auseinandersetzen müssen, die es gibt und bei denen wir feststellen, dass es auch nicht als wahrscheinlich zu betrachten ist, dass Urteile umgesetzt werden und welche Möglichkeiten wir dabei ergreifen werden und welche Instrumente, die es gibt, wir dabei nutzen werden. Aber wir müssen sehr, sehr deutlich machen, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass der Europarat mit all seinen Mitgliedstaaten immer in seiner Glaubwürdigkeit beschädigt wird, wenn wir es nicht schaffen, das, was der Gerichtshof entscheidet, auch umzusetzen. Und das mussten wir von allen, die sich an unseren Standards orientieren und die sich entsprechend verpflichtet haben, auch noch einmal sehr, sehr deutlich sagen. Auf die Frage, noch einmal bezogen auf die Türkei. Natürlich ist in den bilateralen Gesprächen, die es gibt, dieses Thema eines, das, ich würde sagen, regelmäßig zur Sprache kommt. Das ist auch bei meinem letzten Besuch der Fall gewesen. Und wie das so ist, versuchen wir, es gibt in Deutschland einige Fälle, auch Konsularfälle, die wir betreuen und die bei einem solchen Gespräch, bei einem solchen Thema zur Sprache gebracht werden. Auch so die Fälle Dimitras und Kavala, die eine darüber hinausgehende Bedeutung haben aufgrund der entsprechenden Urteile, die es durch den Gerichtshof gibt. Und wir haben in unserer Haltung dort sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir von allen Ländern auch der Türkei erwarten, dass die Urteile des Menschengerichts, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch umgesetzt werden. Und wir werden diesen Druck aufrecht erhalten. Und ich hoffe, dass die gegenwärtigen Entspannungssignale gibt, die es gibt, zumindest in dem ein oder anderen politischen Bereich im Verhältnis zwischen Europa und der Türkei auch dazu werden, dazu führen werden, dass es mehr Bereitschaft auf der türkischen Seite gibt, über diese Themen miteinander zu sprechen.